It's-a-me, Donef! Ach Quatsch, die ID's posten könnten und die GamePro-Redaktion würde dann die besten Mario-Maker-Level von ihrer Community küren und dieser Vorschlag wurde tatsächlich angenommen, hier steht es nochmal, Community-Mitglied Donef204, das bin ich, hatte gestern die Idee, ob wir nicht einfach mal einen Artikel über die besten Level der GamePro-User machen wollen. Und das machen sie tatsächlich und ich bin erfreut! Yay! Und ich würde gerne von euch wissen, was ihr von meinen Leveln haltet. Ich habe dafür ein Video auf meinem anderen Kanal, DoneGames, hochgeladen. DoneGames, Super Mario Maker Part 2, meine Level. Und ich werde den Link zu dem Video in die Videobeschreibung packen und würde mich freuen, wenn ihr unter dem Video oder unter dem Video hier einfach mal in die Kommentare schreibt, welche Level von mir euch am besten gefallen. Ich werde auch meine Baumeister-ID hier unter dieses Video, also ihr müsst nicht extra in den anderen Kanal gehen, aber hier unter diesem Video in der Videobeschreibung, werde ich auch meine Baumeister-ID schreiben. Dann könnt ihr auch direkt meine Level dort finden. Und alle, die Mario Maker nicht besitzen, können selbstverständlich dann auch auf meinen anderen Kanal gehen und meine Level dort innerhalb eines 21-minütigen Vorstellungsvideos mal angucken. Sind jetzt keine besonderen Level, würde ich jetzt sagen. Ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt für besonders haltet. Spielt auch keine Rolle. Das wollte ich mal kurz gesagt haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht. Also wenn ihr das Video anguckt oder einfach meine Level selbst spielt oder beides. Und einfach mal schreibt, welche Level ihr denn so am besten findet von mir. Und ja, dann mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Und ja, dann habe ich die letzte Zeit keine RPG-Maker-Videos hochgeladen, sondern Let's Paint Kizunei. Genau, ich möchte als erstes erstmal jetzt AI-Chan malen, aber könnte sein, dass ich vielleicht noch einen Flappy MV-Livestream noch dazwischen schiebe. Aber ich würde gerne Kizunei malen und ich habe jetzt quasi damit angefangen. Habe jetzt hier zwei Timelapse-Videos dafür hochgeladen, aber seid nicht besorgt. RPG-Maker-Tutorials werden natürlich noch weiterkommen. Ich werde auf jeden Fall mit den MV-Tutorials weitermachen. Dort sind es erst drei. Das vierte ist bereits in Planung und das fünfte ebenso. Also, die werden auf jeden Fall noch kommen irgendwann. Ich weiß nur noch nicht wann, aber das werden wir dann sehen. Aber das ist kein Problem, denke ich mal. Und dann werde ich auch mein Flappy MV fertig machen. Und wenn das fertig ist, Flappy MV, werde ich dann auch mein erstes Masterclass-Tutorial für RPG-Maker MV machen. Indem wir Minispiele erstellen, wie zum Beispiel Flappy MV. Oder auch zum Beispiel könnte man kleine Jump'n'Runs erstellen oder kleine andere Spielchen. Also, ich werde euch ein paar Ideen präsentieren innerhalb des Masterclass-Tutorials und euch grob erklären, wie ihr das dann umsetzen könnt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video dann auch guckt, wenn es dann soweit ist. Aber es könnte auch sein, dass das mehrere Parts werden, weil das doch ganz schön komplex ist, das Thema. Wie gesagt, es ist auch Masterclass. Also, das ist dann schon etwas gehobeneres Niveau für Fortgeschrittene bis Profis im RPG-Maker MV. Dementsprechend absolut nichts für Anfänger. Für Anfänger habe ich aber auch meine anderen RPG-Maker MV-Tutorials. Aber ihr könnt trotzdem mal reingucken. Und wer sehen möchte, wie ich Flappy MV gemacht habe, noch bevor ich das Masterclass-Tutorial hochlade, kann das natürlich auch jederzeit in meiner Playlist unter Flappy MV-Stream nachsehen. Dort sind aktuell vier Videos. Genau, vier Videos. Die sind relativ lang. Also, das sind schon mittlerweile hier fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Also, achteinhalb Stunden ungefähr. Das ist schon heftig, aber ihr könnt es auch nebenbei laufen lassen, wenn ihr selber Maker malt oder Mario Maker spielt. Oder dann ab und zu mal hingucken. Vielleicht mache ich noch einen Zusammenschnitt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Also, hier in die Kommentare von dem Video hier oder von mir aus auch unter einem dieser Videos, ob euch ein Zusammenschnitt gefallen würde. Dann könnte ich ja, wenn der Livestream fertig ist, also der letzte Part abgedreht ist, das wären vielleicht noch zwei, drei Parts. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir werden demnächst die Grafiken erstellen, aber da bin ich nicht sicher, wie lange ich dafür brauche. Das könnte in zwei Parts, aber auch könnte auch in drei Parts abgeschlossen sein. Aber in einem Part, das wird ein bisschen hart. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, das in zwei oder drei Stunden alle Grafiken fertig zu erstellen. Das wird vielleicht ein bisschen knifflig. Aber es könnte auch sein, dass ich es einfach off-screen dann zu Ende mache. Egal. Und, ähm, zurück zum Thema. Genau, würde mich interessieren, ob ihr gerne einen Zusammenschnitt sehen wollt. Dann würde ich die mittlerweile schon hier, ähm, acht Stunden, würde ich dann natürlich zusammencutten auf zum Beispiel zehn Minuten oder so. Oder, also die besten zehn quasi raussuchen. Das würde dann aber auch sehr lange dauern für mich persönlich, das ist natürlich klar. Ja, und dann würden natürlich auch nicht nur die vier Videos reingecuttet, sondern vielleicht auch noch die zukünftigen Videos, logischerweise. Und dann, ich weiß aber nicht, ob da zehn Minuten reichen. Kann auch sein, dass ich es auf eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde oder 20 Minuten zusammencutte. Das muss ich dann sehen, je nachdem. Ähm, aber auf jeden Fall könnte ich dann ein Highlight-Video machen. Falls ihr das möchtet, wie gesagt, je nachdem, wie hoch der, die Nachfrage dazu ist, würde ich das dann machen. Gut, ja, dann würde ich noch mich freuen, wenn ihr Don Games abonniert. Und dort, ähm, werde ich in Zukunft, äh, zukünftig weiter Gaming-Videos hochladen. Aber nur relativ wenig hier, das habe ich jetzt vor einer Woche hochgeladen, das habe ich jetzt vor einer Minute hochgeladen. Ähm, dementsprechend, also vielleicht eins die Woche, vielleicht aber auch seltener. Ähm, das ist eher nur so ein kleines Nebenprojekt. Ich würde mich trotzdem über ein Abonnement freuen und wenn ihr mal reinguckt, ihr könnt das auch kritisieren, mir sagen, was kann ich besser machen oder Vorschläge machen. Genau. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir eure Mario Maker 2 Level-IDs in die, äh, Kommentare schreibt. Dann würde ich eure Level in einem Video mal, also in einem Let's Play mal spielen. Und würde die dann, ähm, in den anderen Kanal hochladen. Das fände ich auch ziemlich lustig und interessant, eure Level mal zu spielen. Habe ich schon einige von euch gespielt, ähm, die, die mir halt zugesandt wurden. Und das fand ich schon sehr interessant, hatte ich damals noch nicht auf Video aufgenommen. Spielt aber keine Rolle. So, genau, und dann zum letzten Thema Discord. Ihr könnt hier auf meinem, in meinem Kanal, auf meinem Titel, auf den Discord-Button drücken und dann könnt ihr meiner Discord-Community beitreten. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr meiner Discord-Community beitreten würdet. Das könnt ihr aber auch über Kanal-Info machen, hier über Discord. Ihr könnt mich auch auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer abonnieren oder followen. Ähm, genau. Und, ähm, ich werde den Discord-Link am besten auch hier in die Videobeschreibung packen. Eigentlich packe ich den auch so ziemlich überall rein, glaube ich. Und die anderen drei Links genauso. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr in meiner Discord-Community irgendwie mal zu sehen seid. Ich würde mich freuen. Ich freue mich über jedes neue Gesicht. Und, ja, außerdem habe ich gesehen, dass ich, ähm, irgendwie neue Abonnenten gewonnen habe, nachdem ich einen Haufen verloren habe. Habe ich, glaube ich, jetzt wieder zwei oder so dazu gewonnen. Ich glaube, ich war mal auf, ähm, unter 1650. Jetzt bin ich schon wieder über 1650. Ähm, hallo an die neuen Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß in meinem Kanal. Und es werden auf jeden Fall neue RPG-Maker-Videos folgen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir eure Spiele zukommen lasst. Da habe ich jetzt momentan noch eins, was ich let's playen möchte, von, oh, ähm, in Discord heißt er Chris. Ähm, Vampire 5, das möchte ich auf jeden Fall machen. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen. Das werde ich wahrscheinlich dieses Wochenende mal in Angriff nehmen, wenn ich Zeit finde und Lust finde, ein RPG-Maker-Spiel zu spielen. Aber eins habe ich noch auf jeden Fall noch. Und das werde ich dann auch let's playen. Aber das mache ich in diesem Kanal und nicht in dem anderen. Okay, das war es aber eigentlich jetzt. Äh, ich habe schon wieder viel zu viel gesagt. Entschuldigung. Tut mir leid, Leute. Ähm, ja, ich würde mich wie gesagt freuen, euch in Discord zu sehen. Wenn ihr das Video hier guckt, äh, Super Mario Maker Part 2, meine Level. Und wenn ihr mir verzeiht, dass ich Kisunai male. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber... Ich muss, okay, ich muss es einfach tun. Ich hätte es so oder so gemacht und so lade ich halt noch ein paar Videos hoch. Also, sonst hättet ihr einfach davon nichts mitbekommen im Normalfall. Ich hätte es so oder so gemacht. Das hat nichts mit meinem Kanal zu tun oder irgendwas. Ich habe sowieso keine Aufrufe hier, 22 oder 15. Das ist, ähm, nicht wirklich, ähm, so berauschend, mehr oder weniger. Es interessiert euch auch einfach gar nicht. Das ist mir durchaus bewusst. Ähm, ich mache es nicht, um da Aufrufe zu kriegen oder irgendwas. Ich mache das nicht wegen meinem Kanal, sondern ich male halt sowieso. Und dann kann ich es auch gleich aufnehmen. Und dann etwas kürzen und als Timelapse hochladen. Genau. Okay. Ähm, danke fürs Zuhören. Und Tschüssi! Das war's mal wieder mit eurem DonF204. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!